Wie kann ich On-Site-Bewegungsdaten zur Conversion-Optimierung nutzen? Ganz einfach. Dazu muss ich Ihnen aber zuerst jemanden vorstellen. Das ist Tim. Tim ist wieder einmal im Reisefieber und in seiner Customer-Journey kurz vor Kaufabschluss. Die neuen Airbubble-Laufschuhe haben es ihm angetan. Gerade als Tim dabei ist, den Kauf abzuschließen, ruft ihn sein bester Kumpel Julian an. Hey Julian. Bis in die tiefe Nacht. Der Airbubble ist beinahe vergessen. Psst, wäre es nicht toll, wenn Tim am nächsten Tag eine ganz spezifische Nachricht erhält? Denn wenn Kunden per E-Mail an ihren Warenkorb erinnert werden, kaufen 50% den Artikel doch noch. Gut, dass wir daran schon gedacht haben. Mit online-trigger-basierten Customer-Journeys bei Warenkorbabbrüchen. Eine von vielen Capabilities von BSI. Impress your customer.